Ach ja Oh, willst du mich mal kackeiern? Komm einfach hin Oh, ist halt so BÄM Die Kisten mit der Lauf der Babam Weil man die Shit weggerummst Den Geschenk da gelassen Weil ich glaube ich nämlich Pistolen nehmen muss Ja Ich hab mal so'n kleines Geschenk da gelassen Bist du eigentlich? Da Oh Na komm, welche? Ja Ja Eine Noch mehr Der Platz Ach komm hier ernsthaft Toto einfach ab Na ehrlich Oh, Vorsicht Ich kann nix dafür Sag, wenn das vorbei ist Ist das vorbei? Nein, noch nicht Nein, noch nicht, 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 jetzt Oh, Alter, das ist doch gemein, wenn du mitten im Kampf bist, das ist beim Gegner ganz gut Weißt du was ich grad gemacht hab? Ja Wir waren auf einmal gewechselt Ja Das hab ich auch ganz gut gemacht Oh, die sind aber heftig, die Waffen Ja Also so, ich sag mal im Gegnerkampf, kurz zum Endgegner, ist das eigentlich ganz geil Hm Ja Ja, geht, ne Ja, geht, ne Aber doch Ich sag mal so eine, so eine, so ein MG oder so Unnormales, der Ende war fast, das selten benutzt den Schock fast ich weiß aber die gegner ich hab das sprung der lage märz mann 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 das ist so geil mit kippen ich hab eine hausstellung gefunden da hin ich glaube ja ja bei 50 prozent ich weiß da oben ist das dinge ich habe hier ein paket unterschreibt ist das da hier denn ich muss hier ganz schnell runter jetzt leg ihn um der typ ist ein arschloch ausgezeichnet jetzt musst du nur noch die poster über das ganze schiff verteilen deadlifts männer werden zwar pausenlos versuchen dich umzulegen scheiß drauf da liegt auch noch eins auch gut du springst ja hin und es ist immer noch verwirrend mit diesem null gravitation ich gehe hier unten hin ich gehe das ich mache schon hier macht doch ja luftreserve noch 50 prozent 100 ist hier vorne interessiert mich vielleicht wie viel du hast das sieht wirklich feuchterregend aus nur noch ein paar poster äh klub klub komm helfen mir irgendwas gib mir irgendwas interessantes kumpel oh feuer pass auf nicht in meine richtung ich hab das ding schon gehabt eben weil er kombiniert aus zehn verschiedene möglichkeiten und hat alles raus ich merke das schon das nervt so ein klein bisschen nö ich find das funny kann nicht wahr sein oh da oben voll getroffen ich hab den gar nicht gesehen die typen hier die kommen denn da hoch ich bin schon wieder so gepackt hierher oh nein mein ego wächst ich entwickle selbstbewusst das war's ich bin dir sehr dankbar wenn ich das nicht so zeigen kann liegt es daran dass ich monatelang allein in der wildnis zugebracht habe und fast von craigans getötet worden wäre ich sehe gut aus ich empfinde selbstachtung die letzten bilder waren überbelichtet deshalb habe ich stattdessen ein katzenberg genommen katzen mag jeder und ich auch immer kommt zurück ja mit dem denn die eingefroren ja du hast dann nämlich eben drauf geschossen das ding was jetzt einfriert das ding was jetzt einfriert war er so ein fasst oder was ja das war nicht geplant aber nicht so oft kommen will die sandtacke ne das ist nicht so schlimm also die kann ja kommen aber nicht so oft bad ass rang verdient nachladegeschwindigkeit ich rufe ich rufe na das sprungpad auf hier unten gibt's was oh die sicherung ist hin aber ich habe eine idee du bist die sicherung was heißt das wenn du den stromkreis zwischen den zwei heißen drähten schließt müsste das sprungpad reaktiviert werden nein da will das weh tun ja es tut höllisch weh oh nein ich will nicht dazwischen ja muss ich jetzt da oben zwischen ja musst du oh bitte nicht das tut weh ja und das macht voll aua warum muss ich als roboter gequält werden darum weil du scheiße bist hehehe komm du willst mich jetzt doch verarschen oder hat sie doch gesagt hat sie doch gesagt warum sind diese hyperion herrsche noch am leben darum weil wir bock dazu haben es kommt die Affen wieder an egal ich kann mir erstmal im Büro meine Sniper holen ich glaub die sind mir scheiße gleich ich kann einfach weiter heee ouch ouch und tschüss ich bin drüben wart auf dich ich habe auch viele unschuldige sterben sehen aber trotzdem sprungpads brandbord kümmern euch mal um den spring doch einfach dann bist du ja dann sollten wir ja auch hin ja du hast immer alles gelootet hier nein kommst du denn darauf die gisten waren schon offen ne jup naja auch nö deadlift jup boss bossfight der bosskampf ist gelandet landet dann dann würde ich sie mal sagen oder activated destont kann sich das störsignal an bringen er alter ich bin gleich tot ja sie kommen nicht immer nähe ich werde aber gleich die fähigkeit entsetzt ich weiß nicht was rauskommt weil ich da durch heilung kriege muss der weg sein ach ich wusste sagt ach quatsch ich bin unbesiegbar und unsichtbar da ist der sack und jetzt schmeißt du schießt du mich natürlich nach unten hallo ouch schaffst du es wenn der sich so bewegt glaube er nicht ich glaube ich verweck er naja ich habe ihn ich habe nur gesagt ich glaube ich verweck oh alter will der mich verarschen aus was gibt es denn kommt immer mal irgendwas fette ist also die level sind auf jeden fall voll geil ja mit dem rumgespringen hier gehst du sagt mit der wort mich gerade treffen hat er nicht geschafft und jetzt stöhnt er wie ein arsch oder was da hinten wieder auf dem rücken also eine komische kapsel kannst du drauf wollen was super kritischen schon das ding trifft ihr ganzen dinger stehen und das strom muss aufpassen welche dinger felder eben ich bin der haus heute richtig überraschung hoffentlich den super modus da ist einer neben schon gewundert zwei stück natürlich alles klar bist du bist da oben ja ich habe ihn aber gleich ich sage ich habe ihn durch der andere auf eigentlich und legen wo er kommt zu dir oh das tut jetzt gleich viel bei mir mit dem strom komm jetzt tschüss und jetzt sucht den dg-structschlist er muss irgendwie nur sein hm heldenanzug ah ja aber ich stehe noch stress an ich treffe von hier ich könnte wieder einen punkt verteilen da werden uns noch immer ziele angezeigt wo will er denn da mit uns hin denn da hinten für ziele haben nach verlassen ich kann auch schon punkte verteilen ich weiß gar nicht alle knarren ich weiß gar nicht was klappt hat für eine knarren das ding hat keine ahnung gar nicht stehen mal was anzeigt